Hi Leute und Willkommen zu Link to a Pass. Wir waren jetzt im Wasser-Tempel stehen geblieben und machen auch dann hier mal gleich anschließend weiter. So, 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 weg hier legen. So, ah ne, da müssen wir nicht, wir müssen nach unten. Im Let's Play da vorne HD. Oh Alter. Weg hier, dass ich das noch hier bei einem Hertz belasse. Und ich habe mir jetzt auch gleich die Tränke aufgefüllt, wie man hier sieht. Bevor ich weitergemacht habe, sieht man auch an die Mäuse da oben. An die Gluckers. Sooo. Weg mit dir. Lass mich nur mal hier gleich p-p-p-p-schir. Nein, nicht. Eieieiei. Was für, was sind das jetzt? Ah, jetzt, äh, da. Jo. Ich glaube, jo, das muss ich jetzt so lassen. Da war ja vorhin das Problem, da bin ich dann nicht weitergekommen. Bzw. den Let's Play davor war es das Problem. Wieso hat der einen Herzfeind gelassen? Nicht ganz so geistig. Ein Masserschüssel? Nö, den muss ich mir noch holen. Da war ja Rausch. Den muss ich noch holen. Boah, das war knapp. Boah, das war knapp. Ne. Boah, ist ein... So, was hat der was für ein Frick, das der verdient hat? So, das haben wir ja auch gehabt. Ah, finde ich supi. Endlich wieder voll, das speichern wir mal. Finde ich krass. Das finde ich nicht so nice. Genauso wenig wie das. Ein Hoch auf die Safe Station. Sag mal. Ah, es sei die Faxen dicke. Jetzt ist es halt so. Und ne Frehle. So. Wer ist das Kindemolat? Hätte ich wieder rausgehen müssen. Hätte wahrscheinlich wieder ein paar Herzen verloren. Du hast es ruhig mein Herz freilassen können, dicker. Du hast es ruhig mein Herz frei lassen können, dicker. Geht doch, supi. Na, das war ja nicht so... äh... Das war ja nicht so... äh... Das war ja nicht so Bombe. Das war ja nicht so. Jetzt kommen wir auch hier voran. Und da haben wir uns und Meisterschlüssel. Meisterschlüssel. Ein bisschen klunky. Jetzt können wir uns endlich den Ende haken wollen. So. Ja. Dieses Feierding ist ekelhaft, man sieht es auch nicht kaputt. Jo, schon sind schon viele Herzen wieder verloren. Ich finde ihn nicht so nice. Ich finde ihn auch hässlich. Juhu, das ist ein Darker Nest Camper. Mein Herz ist viel. Sechs ist er. Boah, Alter. Das geht nie ab. Ich habe mich eben an der Wand hochgegangen. Äh, am Boden meinte ich. Sieht so aus. Schnell weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Ich weiß jetzt nicht, was ich labern soll. Schnell weg. Mir fährt jetzt irgendwie ein Schein. Wer ist alles entlassen? Oh, deine Winnetwood gehen. Oh, deine Winnetwood gehen. Oh, deine Winnetwood gehen. Oh, deine Winnetwood gehen. So schnell. Das geht weiter. Die Wälder sind keiner mehr. Ja. Versuch. Oh, Alter! Ich bin gleich tot. Das war klar. Das muss bekommen. Nee, da kann man nichts ziehen. Ich habe mir Umsatzblatt machen lassen. Das war einfach so. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich bin jetzt ganz schön zurückgerutscht. Aber scheiß drauf. Ich werde unbedingt eine Fehl verschwenden. Der will überhaupt nicht erst mal nichts bringen. Das heißt erst mal rechts lang. Ja. Boah, Mann, die geht es noch lauter. Also die jetzt da im Hintergrund so stark feiert. Das ist jetzt meine Schwester. Oh, Alter! Auf irgendeiner Weise stirbt das jetzt nicht ganz schön. Ne, geht nicht. Steck mir nicht blieben. Ah, geht er hoch. Wirklich klug, Peter. Ja. Schlicht ist da, wo das Fide hinterherkommt. Ah, jetzt, äh, hat was dick gemacht. Ja. Das ist auch so. Ja. Zähnchen mmmm Let's go jetzt ich will das mal Wasser abbelassen weil er ist so ziemlich in heben Zelda vertreten. Wasser, Stein, Wasser, ablassenden Fass, also in so ziemlich heben Zelda, beziehungsweise wo ein Wassertempel vorkommt. Wofür brauche ich jetzt eine Pfeile? Seh doch mal. Das wird anscheinend ein Lester der Stummenwert. Ah ne, nicht viel zurück. Das wird jetzt diesmal ein etwas stummes Let's Play. Das war so schlafen. Warum einmal nur treffen, wenn man zweimal kann? Alter, den Scheiß, den ich jetzt überhaupt nicht brauche, der voll ist, den kriege ich. Den ja überhaupt nicht. Ah, den ich brauche. Den. Scheißerwart, kriegst du nicht. Na, nach mir ja. No, ab da. Ja. Ah! Hm. Oh, Makate? Oh, Makate! Wo hacke ich gerade dort? Ah, ein Geheingang. Das war wohl ein Geheingang. So ein Blick auf einer Karte alles behört, was? Oh, das ist ein Herz. Oh, das ist ein Herz. So kann mehr. Oh, ihr Drecksviecher. Oh, Alter, ist das fies. Ich kann ihn ja nicht von oben platt machen. Was soll denn der Karte? Das reicht mir gleich. Ich hab's ja nicht anders gewollt. Das brot sich als erstes Mal weg die Luft. Hm. Und jetzt macht's so. Das ist bestimmt hier hinten. Ja. Und gleich kommen wir zum Endboss. Da haben sie es geschafft. Juuu. Oh, ernsthaft. Oh. Oh. Also mit diesem Masserschwert geht das übelst leicht. Muss ich sagen. Malerweise braucht man so zwei oder drei Hiebe. Oder vier waren es sogar. Ja. Na, hast du dich ja nicht mal ausgetobt. Und tschüss. Der war nur einfach. Und hier wird mein Herz von Diener entlögen. Oh, Link. Oh, Link. Oh, Link. Ich danke dir. Dem, der es zuerst berührt, solange er lebt, alle Wünsche, deshalb wussten nur wenige von diesem goldenen Land. Doch im Laufe der Zeit ging auch dieses Wissen nach und nach verloren. Erst Ganon entdeckte es wieder. Zum Glück weiß er aber nicht, wie man in die Lichtwelt zurückkehrt. Denke daran, du verfügst über die Kräfte des Zauberspiegels, die dich nach Hyrule zurückbringen. Nur der wahre Held kann diese Kräfte nutzen. Suche die Teleporte, den es gibt nicht nur, den auf dem Todesberg wandere, so von Welt zu Welt, um die Bösewichte zu finden. Du bist der Einzige, der Ganon bezweilen kann. Wir vertrauen dir. Hast du alles verstanden? Ja. Möge der Weg des Seils zum Drehbaus führen. So, dann will ich sagen, das war es jetzt mal für diesen Let's Play. Wir müssen denn noch zwei Tempets machen. Du Dreckzauklaus, mir ist mal eine Bombe. Und jetzt habe ich so wieder. Ha! Hat dir doch nichts gebracht. Mal sehen, ob die Bombe da ist. Die rosafarbene. Bist du da? Nein. Ich muss bei dir erst den Wüstenpalast machen. Ja. Hier unten links. Da konnte ich vorher nicht. Und da machen wir dann das nächste Mal weiter. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Reinaun.